Nur Glitches. Glitch, Glitch, Glitch. Erster Schritt, wir verbessern die Fähigkeiten, die wir brauchen, alle auf Stufe 5. Und zwar unter Waffenklasse bei Nahkampf auf Stufe 5. Bei Feldaufrüstung die Giftpflanze und Rasender Wächter auf Stufe 5. Bei den Parks auf jeden Fall Juggerknock, Stemming Up und Quick Arrive auf Stufe 5. Wobei ich hier alle einfach mitnehmen würde und auch alle auf Stufe 5 mitnehmen würde. So zum Schluss nehmen wir noch bei der Munitionsmodifikation Schmetter Explosion. Das auch auf Stufe 5. Wenn wir das alles auf Stufe 5 verbessert haben, liebe Leute, können wir anfangen. Und zwar der erste Schritt hier ist jetzt, dass wir den Strom aktivieren. Und zwar das im Technikraum. Wenn wir den Strom aktiviert haben, gehen wir dann hoch zu der Pack-Up-Punch-Maschine und schalten die auch ein. Damit wir einfach unsere Waffen punchen können und damit die Zombies schneller töten können und die Munitionsmodifikation benutzen können. So Leute, das ist nicht für jeden etwas, weil dieser Glitch ein bisschen schwierig ist. Aber den Glitch machen wir direkt bei der Pack-Up-Punch-Maschine hinter den Trümmern. Und zwar benötigen wir dafür Zombies. 1, 2, 3, 4 spielt keine Rolle. Aber am Anfang würde ich es raten, mit mehreren Zombies zu machen. Da es einfacher ist, dann die Zombies, sag ich mal, zu messern und somit hoch in die Luft zu kommen. So, die Zombies müssen immer hinter uns sein. Und vor allem, es ist wichtig zu wissen, wie wir zu der Straße runterlaufen, damit die Zombies immer von derselben Stelle zu uns kommen. Versucht es genauso wie ich zu machen. So perfekt genau muss es auch nicht sein. Nur was wichtig ist, ist, dass die Zombies immer von der gleichen Stelle kommen und zwar von den Trümmern aus. Und zwar laufen wir über die Trümmer runter auf die Straße, sorgen dann dafür, dass die Zombies nicht genau dasselbe machen wie wir. Also über die Trümmer runter auf die Straße, sondern sie laufen nach rechts auf die Trümmer und versuchen vom Trümmer aus runter zu euch zu springen. Das heißt, die Zombies müssen immer diese kleinen Umwege nach rechts machen und dann vom Trümmer aus runter zu euch gesprungen kommen. Ich betone, nach rechts. Dann, noch bevor sie runter gesprungen sind, zieht ihr kurz einen Sprint zu ihnen und messert dann. Also quasi noch in dieser Restbewegung von den Zombies. Restbewegung, richtige Timing, Sprinten, Messer. Dann hoch hinaus in die Luft und in der Luft lenken wir in die Richtung, wo wir halt hin möchten und zwar zum Gitter. Wenn wir dann oben auf dem Gitter drauf sind, müssen wir darauf achten, dass wir auf dem Gitter drauf bleiben. Also genau in der Mitte vom Gitter. Dann ist es auch wichtig vom Gitter zu Gitter zu springen. Und zwar vom ersten Gitter zum zweiten Gitter, vom zweiten Gitter zum dritten Gitter. Vom dritten Gitter aus laufen wir bis zur Laterne und von dort aus springen wir auf die Mauer drauf, wo Stracheldraht ist. Fast vergessen, liebe Leute und zwar, sobald wir oben auf dem Gitter sind, bekommen wir Schaden. Deswegen unsere Fähigkeit rasender Wächter, damit wir keinen Schaden nehmen. Aber der hält nur 15 Sekunden, deswegen schnell. Auf der Mauer auch mittig bleiben, damit wir nicht runterfahren, Richtung Mauer laufen und bis zum dritten Fenster, wo leuchtet, springen wir dann runter. Wir kommen auf, laufen zum Loch, springen ins Loch rein, laufen dann hindurch durch die Wand und ihr seht, Kanalisationszugang ist da. Macht das alles recht zügig, damit ihr nicht sterbt und nehmt euch am besten Stimulanz mit. Ihr seht dann, liebe Leute, wir sind im Glitch und wir können sich immer in diesen Ecken bewegen, da wo die Holzbalken zu sehen sind, damit die Zombies auch immer dorthin laufen und sich dort sammeln. Und wenn ihr die Zombies dann tötet, könnt ihr euch dann hinlegen und die Sachen aufheben und sie benutzen halt. Wenn wir unten im Glitch aufgekommen sind, ist die rechte Ecke am besten, da man die Sachen am besten aufheben kann dort und die Zombies auch am schnellsten dort töten kann. Es ist euch überlassen, probiert es einfach mal aus, denkt daran aber, sobald ihr da unten seid, dass ihr euch nicht zu sehr außerhalb der Map bewegt, sonst fällt ihr einfach runter und stirbt. Ja, das wär's dann. Jedenfalls denkt daran, eure Schmetter-Explosion mitzunehmen, also die Modifikation. Puncht eure Waffe auf Maximum und nehmt einfach alles mit, was ihr nehmen könnt, damit ihr dort unten sehr viel Schaden anrichten könnt. Mit der Giftpflanze nehmen die Jünger, also diese Geister, am schnellsten Schaden, deswegen die Giftpflanze am besten. Wenn es euch gefallen hat, dann ist das gut, wenn nicht, dann leider nicht. Jedenfalls, wenn ihr Bock habt, könnt ihr in meinen Discord-Server kommen und euch dann gegenseitig helfen könnt, das zusammen machen könnt. Dann bedanke ich mich, regt euch nicht so viel auf, passt auf Corona auf und dann würde ich sagen, Abflug.